Da steht ein Bagger auf der Straße. Das ist der Foto mit dem Bagger. Ja, Licht ist ein bisschen hell. Der ist eigentlich so mutig und ist direkt vor der Oberlupe. Das ist unterstellt. Ha, gedacht das. Grenze voraus. So, Licht ausmachen, Infanterie in die Fahrzeuge. Okay, alle Unterluke. Timeout, wir fahren. Anhalten, Feuer wieder an. In welche Richtung sollen wir ausweichen kommen? Ich muss mal den SPZ ein bisschen engagieren, dass der wieder vom Baum weg kommt. SPZ Sicherungsposition einnehmen. BAT beim Orangenrauch verwundeten. Unterluke hier. Wir fangen halt ein bisschen zurück. Ja, wieso? Links ist doch vor dem Fahrzeug direkt vor uns. Ja, genau. Aber nicht ganz links, sondern halt so halb links. Eins, links von mir sichern vorne links. Zwei, rechts und vorne sichern. Achtung, Stellung voraus. SPZ anhalten, Infanterie absitzen. SPZ, Feueraufstellung öffnen. Wir machen zum Sprung. SPZ gegen Deckungsfeuer. Infanterie, Sprung auf, Marsch, Marsch. Oh, fuck it. Auch wieder Angriffe. Angriffe.